Evangelisch.de Nachgefragt Entschuldigung, ganz kurze Frage. Vor 70 Jahren wurde Dietrich Bonhoeffer ermordet und darum bin ich in die Dietrich Bonhoeffer Gemeinde gefahren, um zu fragen, was bedeutet Ihnen Dietrich Bonhoeffer heute noch? Also ich finde, das war ein sehr großer Mann. Der hat ja auch für sein Glauben gekämpft und hat viele Versuche zum Glauben zu führen. Und dafür, dass er für seinen Glauben gestorben ist, das ist ja eine sehr große Tat. Und ich finde das halt sehr beeindruckend. Der ist auch für mich ein Vertreter der Zivilcourage, weil er ja auch in Zeiten, wo es schwer war, Christ zu sein, dazu gestanden hat und auch alle Konsequenzen damit auf sich genommen hat. Und einfach diese Menschlichkeit und was der so verkörpert hat, das war für mich immer schon bedeutend. Am meisten interessiert mich, was er wohl gemacht hätte, wenn er noch leben würde nach dem Krieg oder gelebt hätte. Widerstand, die Angst, die er hatte, dass er das mit Glaube und mit Hoffnung verbindet und eben auch Angst verliert und eben dadurch den Widerstand aufrechterhalten kann. Ich werde jede Woche, wenn ich hier in diese Kirche komme, die ja seinen Namen trägt, an Dietrich Bonhoeffer erinnert. Dadurch ist er in meinem Denken immer präsent. Und er ist ein moderner Märtyrer und daran wird man jede Woche allein durch die Namensnennung hier erinnert. Ein Mensch, der sterben musste, weil er christlichen Glaubens war und diesen praktiziert hat und deshalb von den Nazis verurteilt wurde zum Strang. Dietrich Bonhoeffer ist für mich eigentlich immer ein großes Vorbild gewesen, wie er sich verhalten hat als Widerstandskämpfer, dass er wirklich für seine Überzeugung, für seinen Glauben so weit gegangen ist, dass er sich da hat hinrichten lassen. Das fand ich also immer großartig und ich weiß nicht, ob ich so eine Größe jemals gehabt hätte, aber er ist für mich ein großes Vorbild. Was bedeutet Dietrich Bonhoeffer heute? Es ist ein Widerstandskämpfer, der eben gezeigt hat, mit dem Eintreten für das, von dem er überzeugt war, gegen alle Widerstände. Das ist ein absolutes Vorbild, eben einfach dafür, das einfach für heute. Und die Kirche eckt heute an vielen Ecken und Enden eben auch mächtig an und da ist es ganz gut, eben auch dabei zu bleiben und das zu tun, wovon man überzeugt ist.